Hi, das ist mein Filmtipp. Mein Filmtipp heißt Match Me. Das ist ja schon mal eine sehr große Ansage. Match Me, ich suche das Perfect Match für mich, meine große Liebe. Und darum geht es auch in einem Film, wie drei Leute versuchen, ihre große Liebe zu finden. Also mir ist Liebe eigentlich immer eher wie so ein Blitz passiert, die klassische Liebe. Ich wurde seit zehn Jahren heiratet. Es ist eine Art Reboot, wie ich eine glückliche Person bin und ein Leben, das mich glücklich macht. Ich habe mir nicht zugetraut, mir selbst einen Partner auszuwählen fürs Leben. Es ist ein sehr schöner Film, sehr kurzweilig und war für mich eigentlich eine sehr große Überraschung dieses Jahr. Wir gehen in dem Film episodenartig mit drei Personen aus der ganzen Welt mit, in den Zeiten von Tinder und Elite-Partner, wo Liebe eigentlich mehr oder weniger vermarktet wird und nicht mehr so romantisch ist, wie es eigentlich sein soll. Ich bin Andrea Lerchel und ich bin die Hospitantin bei der Filmadministration und ich übernehme im Festivalzentrum die Akkreditierungsleitung. Vielen Dank. Vielen Dank.